Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Hier ist wieder euer Gudi mit einem weiteren Video auf der Nordschleife. Heute unterwegs, nicht Spa, sondern Nordschleife. Der Profi erkennt sofort, ihr habt euch mehr Videos von der Strecke gewünscht. Hier kommen wir ein bisschen Nordschleife-Material, sollte ich noch haben. Hier bin ich unterwegs mit Nico Menzel, ja genau richtig, der Sohn von Christian Menzel, hier auf dem Foto gut zu erkennen. Allerdings, der Nico ist hier vor mir am Steuer und versucht dem Kack-Buhn von Gudi so ein bisschen die Linie beizubringen auf der Nordschleife. Deswegen halte ich mich auch schön brav hinter ihm und das klappt auch in meinen Augen sehr, sehr gut. Es war schon relativ spät an dem Tag, muss ich sagen. Man war schon ganz schön groggy mittlerweile. Viele, viele Runden lagen schon hinter mir. Das war das zweite Mal für mich auf der Nordschleife. Hat einen mega Spaß gemacht und Nico erklärt einem das Zeug auch wirklich richtig, richtig gut, muss man definitiv sagen. Alle Daumen nach oben. Ich freue mich auf das nächste Mal mit Ihnen, Gemeinde, auf der Nordschleife. Hoffe ich doch, dass sich das nächstes Jahr dann ergeben wird. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der Runde und ich sage bis zum nächsten Mal so long, goodbye, keep gaming, euer Gudi. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.